Herzlich willkommen zu morgen Videos. Heute geht es um alle Änderungen der russischen Panzer. Besonders spannend wird es hier bei IS-7, IS-4 sowie Objekt Comforti und T-62-Alpha. Diese Videos kosten eine Menge Zeit. Falls du also gerne den Kanal unterstützen möchtest, freue ich mich über weitere Sponsoren. Viel Spaß mit dem folgenden Video. Das Objekt 268 in der vierten Version kriegt neu eine APCR-Standardmunition. Des Weiteren wird er zukünftig 40 Schaden weniger pro Schuss machen. Die Sichtweite wird um 10 Meter verringert. Die Nachladezeit wird allerdings besser. Circa 1,25 Sekunden. Die Top-Geschwindigkeit wird hier auf 40 kmh erhöht. Der ganze Buff, ich sehe den als Buff, könnte dem Objekt 268 Version 4 sehr gut tun. Denn er wird mobiler und ist somit noch gefährlicher. Das Objekt 268 kriegt in Zukunft 20 Schaden mehr pro Schuss. Er soll außerdem eine deutlich bessere Kanone und eine bessere Einzielzeit bekommen. Allerdings wird die Sichtweite neu auf 240 Meter reduziert. Die Panzerung wird deutlich schwächer an dem Backen sowie an den Frontplatten. Einen weiteren Frontline TD dürfen wir hier also nicht erwarten und wird weiterhin auf Mediums für Spotten angewiesen sein. Das Objekt 268 wird neu mit einer Sichtweite von 240 Meter ausgestattet sein. Der Reload wird allerdings um 0,3 Sekunden schneller. Die ganze Panzerung soll angepasst werden, vor allem die Frontpanzerung, außer die untere Frontplatte. Auf der APCR kriegt er neu minus 15 Millimeter Penetration und auf der Heat kriegt er dafür 30 Millimeter mehr Penetration. Die Fluggeschwindigkeit der Kugeln soll auch hier nach unten reguliert werden. Auch beim Objekt 260 gibt es hier einige Änderungen. Der Reload soll in Zukunft um knapp eine Sekunde schneller werden. Des Weiteren kriegt er ganze 100 Lebenspunkte dazu. Allerdings werden ihm einige Pairs genommen. Außerdem werden die Kugeln weniger schnell fliegen. Die Frontplatte und die Turmseiten sollen hingegen deutlich besser gepanzert sein und er kriegt 20 Schaden weniger pro Schuss. Somit kann das sein, dass das eine Light-Version von einem IS-7 wird in Zukunft. Das Objekt 777, was vor allem im Clan Wars durchaus bekannt wurde dieses Jahr, soll neu eine APCR als Standardmunition kriegen. Die Fluggeschwindigkeit der Kugeln wird auch hier natürlich reduziert. Allerdings soll das Gun Handling bzw. die Kanone ein Stückchen besser werden. Das Ganze ist dann trotzdem als ein sogenannter Buff für das Objekt 777 zu sehen, was ich ehrlich gesagt persönlich nicht so ganz verstehe. Auch IS-7 wird hier geändert. Dieser soll in Zukunft weniger APs bekommen. Auch die Höchstgeschwindigkeit wird hier um 3 kmh reduziert. Er kriegt auf der Standard-AP 5 mm weniger Penetration, dafür auf der Premium-Munition ganze 17 mm dazu. Des Weiteren kommen hier Wolframgeschosse hinzu und er kriegt 100 Lebenspunkte mehr dazu. Deswegen könnte die IS-7 ihrem Titel als Super-Heavy auch in Zukunft durchaus gerecht werden. Eines der größten Änderungen gibt es hier beim IS-4. Dieser soll in Zukunft 250 Lebenspunkte weniger bekommen. Die Penetration wird schlechter auf alle Munitionsarten und die Panzerung wird tatsächlich an diversen Stellen verschlechtert. Dieser soll aber weniger Gewicht bekommen, eine höhere Höchstgeschwindigkeit, weniger Widerstand gegenüber dem Boden, soll deutlich genauer werden, eine bessere Nachladezeit und bessere Einzielzeit. Ich glaube, diese Änderung könnte der IS-4 ganz gut tun. T100 LT Dieser soll in Zukunft 10 mm weniger Penetration bekommen. Die Panzerung an der Wanne sowie auch am Turm soll verschlechtert werden. Allerdings kriegt er hier 50 Lebenspunkte dazu und soll in Zukunft um 0,3 Sekunden schneller nachladen. T22 Auch hier sollen die Kugeln in Zukunft langsamer fliegen und der Reload wird zukünftig 0,2 Sekunden länger brauchen. Allerdings soll er hier deutlich mehr Höchstgeschwindigkeit und mehr PS zur Verfügung haben. Die obere Frontplatte sowie die Seiten werden hier nochmal verbessert. Es könnte also ein richtiger Brawler werden. Der T-62 Alpha soll in Zukunft pro Schuss 20 Schaden mehr machen. Er soll außerdem eine genauere Kanone bekommen, bessere Turm sowie bessere Wandpanzerung. Allerdings soll der Turm in Zukunft weniger schnell drehen. Er soll ein bisschen weniger Pairs bekommen und um 0,6 Sekunden weniger schnell nachladen. Macht ihn aber trotzdem zu einem sehr guten Hold-Down-Medium. Das Objekt von Fordy hingegen wird genau in die andere Richtung gebufft. Er soll mehr Pairs und eine schnellere Drehung bekommen. Die Kanone soll auch hier deutlich besser werden. Dieser lädt aber zukünftig 0,5 Sekunden schneller nach. Allerdings kriegt er 10 Schaden weniger pro Schuss. 5 Meter weniger Sichtweite, eine deutlich stärkere Turmpanzerung sowie eine schlechtere Wandpanzerung. Er soll sich also somit komplett vom T-62 Alpha abheben. Das Objekt 907 soll in Zukunft eine schlechtere Turm- sowie Wandpanzerung bekommen. Allerdings wird hier die Einziehzeit deutlich verbessert. Des Weiteren kriegt er hier mehr Pairs, was auch mehr Mobilität bedeutet. Er kriegt plus 10 Schaden pro Einzelschuss und die neue Mechanik, die bereits der T-100 LT namens Mechanic Tracer Shell genannt. Viel Spaß mit dem Video. Lass einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen.